Challenge Karten Oh, das ist schwierig Red Hood Endstation Erschieße 3 betoppte Gegner Erschieße 2 Schläger durch ein Fenster Und bleibe unentdeckt Das mit dem unentdeckt bleiben Das wird schwierig Wenn ich das mit dem Erschießen machen soll Das mache ich ja gerade dadurch, dass ich schieße Gesehen werde Ich füge gleich mit dem Fenster zuerst an Mhm Simulation aktiviert Okay, der hat einen Störsender Die Frage ist nur Irgendwie kriege ich So weit hinter einen drin Okay, sind beide auch nötig betäubt Seid ihr jetzt betäubt? Wer hat mich gesehen? Das ist doch blöd Simulation aktiviert Ich frage mich, ob es zählt Der 1 betäubt Ich seh mal nach dem Typen Wo ist er? Jetzt kommt der Sunny wieder Ich decke dich Es hat den Leuten Er schnappt sich uns Wir wussten, dass er hier ist Wie konnte das passieren? Der Typ, unachtsam Macht es ihm nicht nach Lassen Sie ihm Wir müssen uns um uns Lassen Aber das ist jetzt eben erstmal so, dass wir da ein bisschen Alles mit dem durch ist Fenster steht Das wird schwierig, glaube ich Gucken hier Hä? Ich hab die schon geguckt Sehen wir ob der Typ okay ist Wir sollten schnell machen Signal ist zurück Aber jetzt, wenn die gerade alle da oben sind Kann ich schon mal das Wachgeschütz ausgefüllen Oh schnell, 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 schnell Weg, 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 weg Oh Nööööö Wieso haben die mich denn gesehen? Ich glaub ich sollte doch mit den Fenstern aber zuerst anfangen Würde ich, das ist die Frage Würde ich den von hier treffen? Ich glaub nicht Was ist das Mist? Simulation aktiviert What? Habe ich einen erwischt? Ja. Aber ich habe ihn noch nicht beteiligt. So. Da drüben ist noch einer. Der ist schön eins drin. Das ist sogar der Sand. Jetzt! Jetzt muss ich nur noch zwei durch ein Fenster erschießen. Ich glaube das wird schwieriger. Zwei durch ein Fenster oder? So kann ich nachschauen. Erschieße zwei Schläge durch ein Fenster. Oh Gott nein! Die drüben, ich habe einen gefunden. Er ist verletzt. Wo befindet ihr euch? Hm. Versuch's mal. Ich muss hier eigentlich nur rüberlaufen irgendwie. Das ist, Hermity ist es eigentlich hier. Ich empfange ein Signal. Überall Stuhlgeräusche. Ich versuche es mit. Kein Signal mehr. Kann überall sein. Aber da sind zu viele. Ich bin voll gefasst worden. Ich bin voll gefasst worden. Und legt ein paar Mienen um ihn in die Hände zu. Drei, zwei, eins. Das ist ihre Miene. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Und setzt schnell den Mienenleger ein. Das zählt er leider nicht. Das mit dem durch ein Fenster schießen, das ist schwierig. Okay. Also betäuben. Das geht einfach. Ich muss sie nur schön voneinander trennen. Ha? Was? Ich war jetzt so ungeduldig. Simulation aktiviert. Wapso. Da runter wollte ich gar nicht. Bitte bitte der Hoch. Danke schön. Jetzt müssen wir mal schauen. Dann riech ich den nächsten. Mal sehen gebraucht. Wo? Auf der südlichen Galerie? In der Kopf. Was ist das? Einmal wohnen! Wo was bist denn die Wolken? Hat das so gezählt? Ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob es gezählt hat, dass ich einen Betäubten erwischt hätte. Das müssten wir dann auch überprüfen. Okay. Ich habe ein Signal. Überall Überwachungspurt. Versuche den Ursprung zu hocken. Kein Signal mehr. Ja, das ist. Und schicke einen Termin, um ihn in die Ecke zu greifen. Ich werde das Gebiet tun, sehen, wie ob der Typ okay ist. Gute Idee. Ist das? Nee, schade, dass der nicht da unten dringt. Wie konnte er noch einen ausschalten? Wir können so viel Idioten aussehen. Das ist nicht gut. Nein. Nein, ist es nicht. Ihr könnt nichts wehentun. Wir verteilen uns aus dem Rache. Und beginnt mit dem Minenlegen. Schade. Das wäre lustig gewesen, wenn der untergefallen wäre. Ähm, versuchen wir mal anders. Ich habe keine Angst. Versteck dich nur. Oh, haben die das schön vermint hier draußen. Nein, theoretisch müsste ich sie ja erwischen können, wenn ich zoome, ne? Aber da ist noch dieses Kack-Wach-Geschitz. Ihr wollt die besten Soldaten sein? Ihr habt keine Sekunde meines Trainings verdient. Wenn es so wäre, hättet ihr keine Chance gegen euch. Was? So. 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 Jetzt muss ich gucken, wie ich einen von denen mal durch ein Fenster treffen kann. Der hat noch ein Stück vor. Damit hätte ich den nächsten. Ich brauche nur noch einen, dann hätte ich alle und dann muss ich ihn noch aufräumen und darf nicht mehr ewig werden. Vier Gegner. Alles klar, die sind natürlich jetzt alle hochgelatscht. Da muss ich erst mal warten, bis sie sich wieder voneinander trennen. Jetzt abhauen, 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 abhauen. Jetzt darf ich nur nicht mehr gesehen werden und ich hätte alle Ziele erfüllt. Das ist ja geil. Ich habe es doch noch hingewiesen. Wir gehen mal runter, weil ich glaube jetzt sind die momentan gerade dabei, sich da oben alles anzugucken. Die sind zur Zeit, da kommt noch einer. So kriege ich die auf jeden Fall nicht. Wenn die so eng beieinander stehen. Naja, jetzt verplempere ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Ja, genau, verteilt euch. Das finde ich ist eine gute Idee. Und wirft schnell den Mienleger ein. Ihr drei könnt es immer noch schaffen. Seid schnell, seid wachsam. Ah, es ist so spannend. Ich könnte es nämlich jetzt schaffen. Sind sie noch zu zweit? Ja, schön. Die gucken aber gerade da hoch. Das mag ich immer gar nicht. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Und vermient den Boden. Ich werde das Gebiet vermieden. Sehr gut, die gehen auseinander. Und noch einer. Chillig. Ich will mal gucken, wo der hinläuft. Also ich bin mir sicher, das kann andere viel viel schneller machen. Aber ich wollte jetzt auf einmal sicher gehen, um nicht gesehen zu werden. Nein! Nein! Ich komme so weit und dann hat der Arsch hier hochgeschaut. Das darf nicht wahr sein. Wir können in dem Moment einen Out-of-Range-Racer machen. Also, beziehungsweise die TV-Karte. Wenn ich es schaffe, den auszudrücken. Augen nach oben? Okay. Hallo, Augen nach oben! Sie haben verstanden, dass sie nach mir hier oben schauen sollen. Gehen wir mal erst mal für uns verstecken. Gehen wir mal erst mal für uns verstecken. Gehen wir mal erst mal für uns verstecken. Jetzt versuchen wir erst mal... Wie viele sind's? Fünf. Ähm, das mit den Fenstern zu machen. Die Mine explodiert nicht. Gut. Unter mir ist der Kasper, der ordnet dir. Platziere Mine! Signal ist zurück! Das Signal ist weg! Mal schauen. Der könnte ein guter Kandidat sein. Konzentriert euch! Er will, dass ihr Angst habt! Na, da geht's nur nach links. Ich krieg das Signal wieder rein! Dann von euch kann er mal nach links gehen. Kein Signal mehr! Er könnte überall sein! Aber keiner von dem will noch rausgehen. Das ist das Problem. Alles okay, Jungs? Seht ihr was? Bericht! Signal ist zurück! Warte mal! Kein Signal mehr, verdammt! Bullseye! Noch einen und ich jetzt hier. Jetzt versteck ich mich wieder im Schacht. Weil sonst schauen sie wieder hoch und dann wär das ein Problem. Und hier hört sich schön für den Signal. So. Hier sind... Und da. Oh, der hat noch ein Stückchen! Da könnte doch ein Stückchen nach links gehen. Und ich hätte... Ich könnte ihn dort durch erschießen. Komm, komm! Oder von da. Das wäre auch möglich. Das Signal ist weg! Geil! Jetzt nur aufpassen, dass ich nicht gesehen werde. Okay. Wie viele haben wir noch? Drei Stück. Bitte nicht... Bitte nicht verhunzen wie der wieder vor. Aber das war... echt blöde. Warte, der ist mit seinem Gerät abgelenkt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein. Nein, das ist nicht. Ich krieg das Signal wieder rein! Lass ihn! Wir müssen unser Montage! Einfach anscheinend für meinen. X-Ray. Ich steh nur ein bisschen abeinander. Sonst könnte ich jetzt schon mit dem Pistolen schießen anfangen. Dafür wohnet ihr ausgebildet! Konzentration! Oh Gott, ich dachte, wir sind auf jeden Fall bereit! Nein! Ich will natürlich nicht, dass der... Verdacht schafft! Du musst erst mal ausschlafen! Geil! Endlich schaffe ich's! So, der ist nur noch auf unten gerichtet mit dem Blick. Wenn ihr mich enttäuscht, enttäuscht ihr aufs Geraklo! Und er hat eine sehr spezielle Art, sein Missfallen zu zeigen! Erledigt! Das kann man bestimmt schneller machen! Nur ich war zu ein Bitch! Egal. Ich hab hier, was ich wollte. Das war's immer wieder! Abernaché. Das kann das gut! Abernaché. Und wir können...